Katrin Menzinger, 34, enthüllt das Geheimnis hinter Anna Ermakovas, 23, begeisterndem Auftritt bei Leads Dance. Zusammen mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin, 36, eroberte die Tochter von Boris Becker, 55, die Herzen der Fans während der gesamten Staffel. Doch nicht nur das Publikum war von ihrem Tanztalent begeistert, auch die Jury konnte sich nicht zurückhalten und vergab nicht nur einmal die perfekte Punktzahl von 30. Am Ende sicherten sich Anna und Valentin sogar den Sieg. In einem Interview mit Promiflash verrät Katrin, was Anna so überzeugend gemacht hat. Katrin erklärt gegenüber Promiflash, was Anna von den anderen Stars bei Leads Dance abgehoben hat. Jeder hat sein Bestes gegeben. Bei Anna war es jedoch so, dass sie vorher nicht wirklich bekannt war und Deutschland sich in sie verliebt hat, schwärmt die Profitänzerin. Von Anfang an konnte sie sich vorstellen, dass die Studentin es bis zum Sieg schafft, aber im Finale fiel es ihr schwer, die Leistung einzuschätzen, im Finale waren alle Paare einfach unglaublich, die Tänze waren auf ihre eigene Art und Weise besonders. Katrin ist der Meinung, dass jeder es verdient hatte zu gewinnen, und sie freut sich von Herzen für Anna und Valentin. Anna selbst konnte ihren Sieg kaum fassen. Ich bin sprachlos. Ich kann nicht glauben, was gerade passiert, erklärte sie aufgeregt gegenüber RTL. In dem Moment, als der Sieg verkündet wurde, wurden ihre Emotionen überwältigend. Sogar das Model selbst wird das Training und das Tanzen vermissen, ich werde das Training und das Tanzen wirklich vermissen. Die Show hat ihr sehr viel bedeutet.